also meine freunde willkommen zurück zu einem neuen video ja freunde heute sind wir wieder in monowolf unterwegs weil wir hier ist jetzt hier unten rechts halt wir wollen heute mal über das neue cod sprechen zeige ich mir doch bitte das was ich dir gerade anzeigen wollte nein du willst mir nicht zeigen ich spreche heute bei mw2 es gibt geleakte sachen und darüber wollen wir sprechen auch nebenbei das last mg hochspiel noch mal müssen noch ein bisschen leveln und müsstest du gleich auch noch die waffe auf gold spielen wo grüß gott freunde was ist denn hier los kann sie mit mal laden ja was das hier zu die 1 weise worte von paco ich habe ein lmg ausgerüstet was einfach eine zv-fälle geschwindigkeit hat wie ein lmg wie fall ist das jetzt ist das so gewollt ja aber welchen nicht falten will ich ja schon ja so so viel ist es schon ja ich wollte gerade wort und video aufnehmen hier irgendwie so keine ahnung titel darüber 100 tagen wort und wieder oder so keine ahnung ich habe 300 nicht gespielt habe lacht gistereichs will der lobby suchen ohne crossplay der 15 minuten war ich im ladebildschirm ich suche erneut findet nichts länger einfach 120er ping auf einmal oder so ich habe nachkommen lässt es sein gehst wieder rein in mw auf einmal hast du hier shoot aus die einfach nicht lädt die map also ich krieg mir einen abhöhne guten morgen meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen spaßigen cov video heute werden wir alle spaß haben und cov spielen und spaß haben ohne hier die fotzen komischer rückschuss hat die bauen übelst rum wie so eine uzi alter wir müssen auf jeden fall wieder über modernhofer 2 sprechen dieses jahr ende oktober ich meine 26 oder 28 der zehnte eins von den beiden da wird das neue video erscheinen digga was sehe ich hier ist es die erste runde ja sie haben nur tot gebucht ein kino gehst da und ein kino gehst da aber perfekt sie ist gerade das anschneide thema und zwar sbm ich werde so sauer ich muss verlassen ich muss kaputt machen also ruhig 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 atmen gerüchten und leakern soll es ja so sein dass sbm wohlmöglich im kommenden cov abgeschwächt wird heißt also dass es nicht mehr so ultra krass ist wie bei wengert oder kultur auch mw natürlich ganz klar es gibt natürlich einige patienten die sagen auch ja sbm ist gar nicht so schlimm spiel einfach besser blablabla oder sonstiges sbm gibt schon seit zehn jahren sbm gab es schon vor mw 2019 aber nicht so ultra krass also sbm gab es früher nur für einen fairen team ausgleich ab mw 2019 dann dass du halt wirklich alles per statistik hast wie viel läufst du wie viel schießt du wie gut ist deine präzision und so weiter und ja das wurde alles halt mit sbm 2019 halt gemessen person berechnet und ja ja das ist ein sind kompliziert hur ja leute willkommen¡ zu einen neuen tv-videos wird alles spaßlich alles toll und ja bis zu dir ein paar alleliga beste spieler welt ich sag sie ist das bestes spiel aller zeiten hey leute willkommen zu einem geilen video wie toll ja kurstiger aktive grüße gehen aus sehr 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 krasse position hier na ich war ein bisschen das design wird auch wieder per qr code scan und sie hat ein paar artworks und so weiter und so fort wahrscheinlich irgendwas einblenden in der richtung dass wir ein bisschen das wo wir in position das wird get compromised guys so won't miss it good year Was ist das denn für ein Name, Alter? Ramin hart rein. Trichter Tobi. Ihr seid... Du bist ja ein richtig lustiger. Ja, selten so gelacht. Die Perko sind immer nicht so unpolitisch. Es ist doch nur ein Späßchen. Nein, die Lobby läuft. Oder wie auch immer. P90, ich denke mal, dass Waffe zu 99% auf jeden Fall in Modern Warfare 2 reinkommen wird. Halte ich für äußerst realistisch. Boah, dumme Sau. Na? Es geht ab, Meister. Oh, die macht mir schon clean, Bro. Was? Haha, ja. Ja, Mann, lass den ruhig passieren, lass den ruhig vorbeilaufen. Groß, Digger, groß. Na, verpiss dich doch. Adios, du Idiot. Tschöööö. Wie kann ich eigentlich fliegen? Was ist denn jetzt hier los? Du ahnst es nicht, du ahnst es nicht. Bro, ich bin ja gerade der Beste, ne? Ich halte es ihm hier gerade am Kacken. Ich halte es ihm gerade am Kacken. Ich weiß nicht, wie es ist. Boah, wer bin ich ich? Wer bin ich ich, Alter? Oh mein Gott. Na, du Arsch. Bro, komm, jetzt anlehnen und dann holen wir ihn. Jawoll, süß, süß, süß. Da muss noch einer. Da ist auch noch einer. Drohne raus, nachladen. Schönes Ding. Komm, warten, was macht der? Was macht er? Zack. Zack. Clean, Digger. Clean, 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 Alter. Schönes Ding. Na, ein bisschen verehnt, aber trotzdem schön. Alles schön. Toll, 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 toll. Geh hoch. Ah! No! Ja, super. Geh hoch. 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 Geh hoch.